Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde zu Icewind Dale. Ja, wir neigen uns langsam dem Ende zu und unsere Greno hier ist ziemlich am Arsch. Nehmen wir uns mal die Zeit, den Weg zu halten. Ja, ich muss auch sagen, wir neigen uns langsam dem Ende des Spiels zu. Ja, weiter heilen. Wobei, die sollten wir eher für die Leute im Traum nutzen, die noch nicht so angeschlagen sind. Ihn zum Beispiel. Vita Mortis Vita Mortis Vita Mortis Jetzt die nächsten größeren Haltzauber. Vita Mortis Vita Mortis Vita Mortis Vita Mortis Wenn man sich mal überlegt, was teilweise für Buffs, die Leute besprochen sind. Also ja, Regeneration, Schutz vor Geld, Stärke. Vor allem auf ihn hier Handlungsfreiheit, Schutz vor Gift, Stärke, Schutz vor Elektrizität, furchtbar. Also er kann gar nicht geführt werden. Schutz vor Feuer auch noch. Und ein Gedankenschild. Er ist also ziemlich gut geschützt vor Zeug. So, dann können wir jetzt mal weitergehen. Okay, hier ist ein Bär-Kieti. Die sind recht stark. Okay, Bär-Kieti ist jetzt ziemlich schnell gestorben. Und verletzt den Tode nach. Dann machen wir uns mal hier die Mühe, die einfach mit Zäugern an dürfen zu töten. So, der nächste. Und der letzte. So, Hakrim hat es gut erwischt. Also heilen wir ihn ein bisschen. Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich das ganze Zeug, was hier die so droppen und rauf sammeln brauche. Wir haben nämlich, glaube ich, eh keine Möglichkeit mehr, es zu verkaufen. Okay, da kommt ziemlich viel. So, mein Knochen-Ars. Geher ist das. Ich schlag dich in den Speckern. Ja. So, du legst ihn mal schlafen. Gut. Ist etwas nicht in Ordnung? So, das hat jetzt Silastra wieder etwas geschlagen. Also heilen wir sie mal hoch. Vita, Mortis. Ja, ja, ja. Und ja, zum Glück ist der Abschnitt nicht so groß, aber er ist voll mit Gegnern. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Euer Ende ist nah. Ich schlag dich in Stücke an. Wenn die Götter nicht schützen. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ich werde tun, was ich kann. So, jetzt der Letzte. Ich werde tun, was ich kann. Mal gucken, ob wir überhaupt noch ein Level abkriegen, bevor wir beim Endpost sind. Oh, hier ist ein geheimes Lager. Mögen die Götter euch gnädig sein. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. Eine Schande ist mir gevalgt. Ich spüre meine Sterne an der Klinge. Kann ich helfen? So, mal gucken, was ist hier drin? Ein Umhang und jede Menge Feuerzunderzeug. Kannst du den Umhang so hinziffern? Mantel der Unsichtbarkeit. Also nichts Besonderes. Leider. Das muss da rein. Und eigentlich haben die nur 3er-Stacks, aber... Ja, flammendes Öl. Keine Ahnung, warum das nicht mit dem flammenden Öl da oben steckt. Jedenfalls haben wir sehr viel flammendes Öl. Kann ich helfen? Wir haben doch ein paar Heilszauber. Sag, was du von mir willst. Vita, Mortis. So, wir hatten doch noch einmal Hände auflegen. So, wer könnte noch... Eine Dosis gebrauchen. Sie selber eigentlich. Guckt sie euch an. Sie haben sich verkeilt da drüben. So, und weil wir noch so freundlich sind... Äh... Haben wir schon lange keine Feuerbälle mehr geworfen. Sehr gerne. Okay. Du kannst da kein Feuerball hinwerfen, aber hier hin, oder? Ich benutze mal auch sicherheitshalber ein Netz. Und eine Schädelfadde. Boah. Dein Befehl? Okay. Ja. Ja, es soll geschehen. Okay, die, die genetzt werden können, werden natürlich genetzt. Sag, in Ordnung. Wie kann ich... Einverstanden. Ah ja, wir sind hier schon mal durch und können hier zum Friedhof. Okay. Da würde ich aber sagen, nutzen wir diese Nische hier. So, alle kuscheln sich in diese Nische. Wir rasten jetzt mal. Saruhakin? Hi. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Wie kann ich helfen vorwärts? Möglich können tun sie nix, bringen tun sie leider auch nichts. Bereit? In Ordnung. Im kein Problem. Ein bisschen einverstanden. Brauchst du so schnell ich kann. Also nochmal in die Ecke kuscheln. So, jetzt haben wir gerastet. Sag, was du einverstanden. Mal kurz gucken, was lassen die Drachen eigentlich liegen? Ach, das sind alles nur Schädel. Schädel und Wolfspelz und ein paar Edelsteine, aber... Wie kann ich vorwärts? Wie gesagt, brauchen wir alles nicht mehr. Oh, hi. Das sind wieder Gerippe und ein höherer Schneetroll. Oh, und Wasser in dem Wasserwächter. Kann ich helfen? Oh, Kappfmusik. Noch mehr Troll. Die Trolle. Dein Befehl. So, jetzt erst mal die Eistrollen loswerden. Befehl. Wie geht es mit einem Schöten. Wie geht es mit dem Wasserwächter. Wie geht es mit dem Wasserwächter? Was? So. So. Sag was du sofort. Okay. Du kannst ja im Fernkampf zaubern, das engte Sonne. Ich werde tun, was ich kann. Was ist los? Dein Befehl? Ich wasche mir meinen Bart in deinem Blut. So. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn es keine Trolle mehr sind. Das heißt, es ist immer wieder ein bisschen Heilzeit. Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Vita. Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Vielen Dank.